Vielen Dank. 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 Zunächst. schwer erkrankt jemand in ihrer Umgebung haben, sei es aus Covid-19 oder anderen Gründen. Auch wir bei der Stadtverwaltung haben gerade schwere Tage. Unser langjähriger Amtsleiter Klaus Hegele ist am Neujahrstag nach schwerer Erkrankung verstorben. Seit 1992 hat er das Hochbauamt und ab 1998 das heutige Bauamt engagiert und erfolgreich geleitet und so vieles in unserer Stadt bewirkt. Unsere Gedanken sind heute bei seiner Familie, die nächste Woche endgültig Abschied nimmt. Die Lücke, die er bei seinen Kolleginnen und Kollegen und vor allem aber bei seiner Familie hinterlässt, lässt sich nicht schließen. Nach wie vor sind auch für viele Menschen die Belastungen durch die allerdings notwendigen Einschränkungen sehr groß, da wir eine große Impflücke in unserem Land haben. Lassen Sie uns solidarisch sein. Unterstützen Sie bitte Kulturaktionen, lokales Gastgewerbe, Händler, örtliche Vereine, Organisationen und Kirchengemeinden. Und helfen Sie mit durchdachten Schritten Ihren Nachbarn, Familien bei schwieriger Situation oder Menschen, die zum Beispiel während Erkrankung oder Quarantäne oder wegen Krankheitsfolgen diese Hilfe brauchen. Seien wir füreinander da. Wer das sowieso schon seit jeher vorbildlich bis heute macht, seit zwei Jahren auch mit teilweise Unterstützung unseres Jugendgemeinderats, ist unser Winnen der Tafelladen. Und vor Weihnachten habe ich selbst einen schönen Geschenkkorb erhalten und dann habe ich gedacht, den bringe ich lieber genau dort vorbei und reiche ihn an die dortigen Aktiven weiter. Sie sehen es auf dem Foto. Umso mehr freut es mich, dass der Tafelladen sehr viel Unterstützung in Winnen erhält, auch von Unternehmen. Beispielsweise die Firma Judo hat das gerade mit einem hohen Betrag gemacht. Apropos Unternehmen, da gibt es trotz Pandemie viele gute Nachrichten. Diese Woche habe ich mit Hartmut Jenner, dem langjährigen Chef von Kärcher, telefoniert und gefragt, wie das vergangene Jahr war. Er schilderte, dass man sehr gute Zahlen habe, auch bei den Mitarbeitenden. Diese haben sich am Standort von 2400 auf 2500 Personen im vergangenen Jahr gesteigert, die höchste Zahl jemals. Ihn darf ich deshalb auch mit seiner Frau stellvertretend für alle Unternehmerinnen und Unternehmer und Winnenden gerne heute Abend begrüßen. Ich weiß, dass er am Bildschirm ist. Dann fragte ich, ob es auch im Standort Winnenden vielleicht Neuigkeiten gibt, die man heute nennen kann. Er schickte mir ein Foto und da sehen Sie jetzt im Hintergrund eine intelligente Reinigungsmaschine der sogenannten Robotiklinie. Das Gerät, erklärte er mir, kann mit Akkubetrieb selbstständig arbeiten, dann wieder in seine Basisstation fahren und dort den Akku aufladen. Das kennen wir ja schon von vielen Geräten, aber es kann vor allem Wasser tanken und das Abwasser abpumpen. Dieser schwäbische R2-D2 sehen Sie bei seiner Testtour in der Fabrikation mit grünen Lichtern herumfahren. Ein Höhepunkt im vergangenen Jahr war sicherlich die Verleihung der Ehrenbürgerwürde der Stadt Winnenden die seltenste Ehrung in unserer Stadt an Bürgermeister ad Paul Hug aus Höfen. Dieser langjährige Bürgermeister von 78 bis 2002 und Kreisrat hat in vielfacher Weise sich bis heute für Winnenden eingesetzt. Er ist ein Aktivposten dieser Stadt, auf den wir alle zu Recht stolz sein dürfen. Im letzten Jahr hat auch unsere Neuapostolische Kirchengemeinde 100-jähriges Bestehen gefeiert. Beim Festgottesdienst war ich dabei und erfuhr dort, dass die Neuapostolische Gemeinde früher mal zu Gast war bei den Methodisten in der Jubiläumskirche, bevor sie ihren eigenen Neubau beziehen konnten. Und an der Stelle kann ich den Pastor der EMK, Herrn Thomas Motzer, ganz herzlich begrüßen, denn er ist derzeit ACK-Vorsitzender, hat auch beim Jubiläum der Neuapostolischen Gemeinde gesprochen und dort auf diese Verbindungen hingewiesen. Er vertritt alle Kirchengemeinden heute Abend ganz herzlich. Vielen Dank. Eine besonders gut sichtbare kirchliche Baumaßnahme kennen Sie wahrscheinlich alle. Sie hält noch an. Die katholische Kirchengemeinde hat im Lauf des vergangenen Jahres nicht nur Abschied von Pfarrer Gerald Warmuth genommen, sondern den weithin sichtbaren Turm der St. Karl Borromeos-Kirche in die Sanierung gebracht, innen und außen. Und diese beiden Fotos, die Sie gerade sehen, die wurden erst gestern von unserem Feuerwehrkommandanten Josch Dolasse aufgenommen. Er hat sich vorbeugend mit Rettungsszenarien befasst für die Bauarbeiter, die dort arbeiten, falls wir theoretisch die Drehleiter dafür benötigen würden. Auch der viel kleinere Turm der St. Ulrichskirche in Birkmansweiler wurde vergangenen Jahr saniert durch die dortige evangelische Kirchengemeinde. Und heute lesen wir in der Winnender Zeitung, dass die Sanierung der Stadtkirche 2023 starten soll. Darüber habe ich mich, wie Sie wahrscheinlich auch, sehr gefreut. Und ich darf jeden und jede bitten, den Erhalt dieser stadtbildprägenden Kirche zu unterstützen. Wenden Sie sich einfach an die Stiftung Stadtkirche mit Pfarrer Reimer Kraus, Doris Bautzen, Rolandor an der Spitze. Wenn wir schon bei den Kirchen sind, da gibt es noch zwei bedeutsame Dinge. Am 21. Oktober hat die Evangelische Heimstiftung im Baugebiet Adelsbach den Start, den Baustart für das Wolfgang-Wanning-Stift vorgenommen. Ein Stadtteilpflegeheim, das ein Schwesterhaus des Hauses im Schelmenholz sein wird und auch betreute Wohnungen bieten wird. Und schließlich hat der Verein Haus Elim als Sozialwerk der Volksmission nun eine neue Vorsitzende, Yvette Umbach, diese Woche erst am Montag eingesetzt, feierlich in einem Gottesdienst, wo ich dabei sein durfte. Ja und unsere Feuerwehr, die hat am Neujahrstag gleich richtig loslegen dürfen. 9.30 Uhr, alle Einsatzkräfte fast bis auf eine letzte Einsatzreserve für Paralleleinsätze waren in Birkmansweiler, brauchten noch Unterstützung aus Fellbach für Sauerstoffflaschen und für Pflegung. Und auf dem Foto, das Sie sehen, informiert unser Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr, Tobias Hackl, über das Einsatzgeschehen. Gott sei Dank gab es nur Sachschaden. Die größte Baumaßnahme der Stadt ist nicht weit von hier. Wir senden ja hier aus der Hermann-Schwab-Halle das Lessing-Gymnasium. Wir sind nun im ersten Abschnitt fertig. Winnendens größte Schule mit fast 1000 Schülerinnen und Schülern und Lehrkräften ist nun in den bereits fertig generalsanierten Abschnitt umgezogen, belegt auch noch in der Rimsgebäude, während die zweite Hälfte bis Ende 2023 fertiggestellt werden soll. Bereits fertig ist hingegen die generalsanierte und erweiterte Kastenschule zur Ganztagsschule erweitert. Älteste immer noch aktives Schulgebäude in Winnenden bis auf die Turnhalle. Die haben wir noch nicht saniert. Die ist jetzt im Moment dran. Und die Digitalisierung aller weiterführenden Schulen beschäftigt uns schon bisher und fordert uns in den nächsten Jahren, gerade vor Weihnachten, haben wir hohe Förderbeträge vom Land dafür erhalten. Auch der Schulhof wird im BZ1 gerade komplett neu gestaltet. Planungsaufträge für eine Kleinsporthalle mit Schulkindbetreuung an der Hungerbergschule sind im Gemeinderat demnächst in der Vergabe. Wir haben neue Kindergartenbauten, die kommen werden, Adelsbach und Kobelesbach vermutlich noch im laufenden Jahr zu beginnen. Und wir planen an einem aktuell kombinierten Wohngebäude mit Kita im Erdgeschoss im Bereich Körnleerweiterung direkt am Tischolkreisel, Vergabe durch die Stadt voraussichtlich im zweiten Quartal. Und daneben starten schon um Ostern herum die Firma Pfleiderer mit ihren drei Punkthäusern mit dem Begriff Vista sind sie bezeichnet. Unser Gemeinderat wird sich auch demnächst für ein neues Kunstrasenspielfeld in der Vergabe entscheiden, wo der SV Hartmannsweiler nebenan gerade sein Vereinsheim grundlegend saniert. Dem Vorsitzenden Josip Juppas darf ich stellvertretend für alle Vereinsvertreter heute Abend Glückwünsche sagen für diese Punkte und ihn zusammen mit Hartmut Lukert, dem Vorsitzenden des Obst- und Gartenbauvereins winnenden, begrüßen. Dieser Verein hat nämlich kürzlich erst 125-jähriges Jubiläum. Schon fertig ist der Holzmarkt, das wissen Sie alle aus dem Stadtbild und die Firma Glas und auch der städtische Platz ist fertig. Dort stehen zwei öffentliche Ladepunkte für Elektroautos der Stadtwerke von insgesamt acht und nicht weit am Stadtkern auch wird die Firma Pfleiderer demnächst die Wohnbebauung im Gerberviertel II starten. Da ist alles vorbereitet. Auch das neue Wasserwerk der Stadtwerke ist fast fertiggestellt. Heute wurde dort abgerüstet. Ich habe es beim Vorbeifahren gesehen. Sie sehen aus Richtung Bergmannsweiler auf dem ersten Foto, das gleich eingeblendet wird, auch eine Photovoltaikanlage, die erzeugt dann Strom für das Wasserwerk. Ebenso wie perspektivisch auch ein Blockheizkraftwerk, das hier noch hinzugefügt werden kann am hinteren Gebäudeende und das für die Wärmeversorgung im Gebiet Bildstraße Erweiterung in Bergmannsweiler in der Zukunft sorgen kann. Wir denken, Sie merken es hier integriert. Im zweiten Teil des Bildes sehen Sie jetzt mal rein in die Wasserkammer, die zum Teil erdeberdeckt ist dort in dem Wasserwerk. Da war der Gemeinderat bei der Begehung. Da war natürlich noch kein Wasser drin. Und wenn dieses Projekt dann angefahren werden konnte, technisch, was demnächst erfolgen wird, dann haben wir so im Ostenrum in der gesamten Stadt weicheres Wasser. Die Verbraucher sparen damit. Wir alle sparen zum Beispiel bei der Hausentherdungsanlage oder bei den Folgen von Kalkablagerungen in Geräten, Installationen, Waschmittel auch und so weiter. Ja, unsere Stadtwerke haben noch mehr vor der Brust. Die werden mit städtischer Unterstützung auf Beschluss des Gemeinderats jetzt die Sanierung, die Generalsanierung des bereits 31 Jahre ununterbrochen im Betrieb befindlichen Wunnebads angehen. Ertüchtigung der gesamten Technik und vollständiger Neubau einiger Bauteile und vor allem ein neues Kursschwimmbecken fürs Schulschwimmen mit Hubboden als Ergänzung des bisherigen etwas kleinen Hallenbads. Dieses Projekt wird mit rund 28 Millionen die Stadtwerke die nächsten Jahre voll fordern. Wir drücken die Daumen, dass die sehr sorgfältige Planung des Stuttgarter Büros Benisch sich trotz der zuletzt, wie wir alle wissen, aufschäumenden Baukonjunktur gut umsetzen und damit hieran auch der schon voran angepasste Kostenrahmen sich einhalten lässt. Bei uns ist viel los auch im Remsmur Klinikum, nicht nur wegen der Pandemie, auch baulich. Sie wissen, dort entsteht das neue Parkhaus. Das schafft Platz, dass die provisorischen Parkflächen zum Zipfelbach hin dann renaturiert werden können und auch die Piazza wird wieder autofrei weitgehend und vor allem die Erweiterungsfläche wird dort vom Parkverkehr befreit, denn die Klinik braucht Platz, sie wächst und angedockt an die Kinderklinik entsteht ein Erweiterungsbau die nächsten Jahre für rund 30 Millionen. Neue Patienten und Behandlungszimmer benötigt dieses wachsende Haus unbedingt. Und es hat sich auch bestätigt die Richtigkeit des in Modulbauweise fertiggestellten Infektionsschutzbereichs, der auf der hinteren Seite der Klinik dazukam. Bewährt haben sich auch unsere kommunalen Impfaktionen, um die Impflicke zu schließen. Seit März letzten Jahres mit Hilfe der Impfteams, der Stuttgarter Kliniken, des Landkreises und seiner mobilen Impfteams und unserem DRK gab es tausende Impfungen in Dutzenden von Aktionen in Winnenden. Hartmann Zweiler zum Beispiel gestern. Danke an die Kirchengemeinde. Heute und morgen im Rathaus in Winnenden auch eine Extraaktion. Seit dem 5. Januar das ständige Impfzentrum des Landkreises in der Linsenhalte bei der Paulinenpflege. Danke dafür an die Paulinenpflege. Dort ist übrigens von 1730 bis 2030 täglich geöffnet, auch ohne Termin. Und schließlich Kinder 5 bis 11 impft die Kinderklinik des Remsmurklinikums auch hier in Winnenden für den ganzen Kreis. Und deshalb an dieser Stelle herzlichen Dank an alle, die hier aktiv dabei sind. Auch unser Testangebot erweitert sich wieder. Wir werden immer wieder angefragt, ob es ausreichend ist. Wenn Sie die Corona-Warn-App haben und nutzen, finden Sie folgende Karte, wo Sie alle Testmöglichkeiten sehen. Zwei sind besonders groß. Das Drive-In-Testzentrum von Herrn Hatzis am Wunnebad-Parkplatz und die Teststation von Herrn Schäftlmeier am Kronenplatz. Und letzterer wird zudem im früheren Modehaus Hardis in der Marktstraße demnächst eine weitere Teststation eröffnen. Eine ganz besondere Aktion hat der Winnender Bernd Kussmaul durchgeführt. Ich möchte sie erwähnen. Sein in Weinstadt ansässiges Unternehmen Kussmaul hat anstelle 25-jährigem Firmenjubiläum und Weihnachtspräsenten an die Kunden und Partner etwas ganz anderes gemacht. Er hat sage und schreibe 2700 Dankeschön-Karten und Einkaufsgutscheine des attraktiven Winnendens und der Schorndorfer City über je 25 Euro für alle Mitarbeitenden der beiden Kliniken in Schorndorfer und Winnenden zu Weihnachten verschenkt. Ich finde, ein tolles symbolhaftes Zeichen in dieser Zeit, um den Beschäftigten dort Solidarität mitzugeben. Da kann man nur sagen Chapeau. Der Rems-Mur-Kreis engagiert sich baulich in Winnenden aber noch weiter. So ist in den nächsten Jahren die komplette Renaturierung der Deponie Eichholz vorgesehen in mehreren Schritten. Neuer Recyclinghof wird dort auch entstehen und Sie wissen es, von Bach nach Bürg, die Kreisstraße wird erneuert. Das Foto zeigt die aufwendige Hangsicherung dort. Auch die Kreisbaugesellschaft ist an vielen Stellen in Winnenden aktiv, teilweise in direkter Partnerschaft mit der Stadt, beispielsweise in der Ortsmitte Höfen. Baustelle ist ja unterwegs und in Höfen, da hat sich auch der grüne Laden von Familie Luckert in neue Hände begeben, in gute Hände und der Bürgerverein und die Stadt sind am Spielplatz am Buchenbach aktuell gemeinsam unterwegs mit neuen Spielgeräten. Winnenden wird nachhaltiger. Der Gemeinderat hat die Klimaneutralität der Stadtverwaltung 2035 im Juli beschlossen. Nächste Woche startet dann bei uns ein neuer Mitarbeiter für die kommunale Klimaneutralität eine vom Land maßgeblich geförderte Stelle. Und das junge Parlies Oberlin, Florian Steiner, hat den ersten Unverpacktladen in Winnenden beim Rathaus im Herbst eröffnet. Ich kann Ihnen den, ich sehe da immerhin von meinem Büro aus und bin auch selber manchmal dort, den wärmstens empfehlen. Auch am Marktplatz tut sich einiges. Bäckerei Miltenberger ist dort neu, ein Eiskaffee kommt dazu vor Ostern. Und zu erwähnen sind auch die Neugestaltung der Hauptfiliale der Bäckerei Maurer und natürlich dann ein neuer Spieleladen in der Entengasse für besondere Spiele, die man ja so als Fan spielen muss. Da müssen Sie mal reinschnuppern, um zu sehen, was ich da meine. Die größten Herausforderungen für die Nachhaltigkeit unserer Stadt liegen im Boden und auf der Straße. Vielleicht haben Sie es mitbekommen. Unsere Stadtwerke haben zum Jahreswechsel den Betrieb des Gasnetzes in Winnenden von der EnBW-Tochter NetzeBW übernommen. Zudem werden wir mit den Gemeinden Leutenbach und Schweigheim gemeinsam eine kommunale Wärmeplanung angehen. Kommunale Wärmeplanung ist der Schlüssel, mit dem Klimaneutralität im Gebäudebestand zukünftig denkbar wird. Und wie man das im Einzelnen machen kann, können Sie im neuen Gerberviertel sehen. Dort wurde ein Kanal mit Wärmerückgewinnung eingelegt für eine Heizzentrale der Stadtwerke. Ja, in diesem Jahr gibt es noch eine Baustelle am Bahnhof. Dort wird der zentrale Omnibusbahnhof barrierefrei erneuert. Und parallel hat uns auch ein Zuschussbescheid mit 4,3 Millionen Euro erreicht des Landes für die Umgestaltung der ehemaligen B14 zwischen Rewe-Kreuzung, Leutenbacher-Kreuzung. Eine Maßnahme, die erst jetzt noch ausgeschrieben werden muss, dann Baubeginn vielleicht im Herbst oder im kommenden Frühjahr im ersten Abschnitt und sie wird mindestens zwei Jahre dauern. Hingegen fertiggestellt, Sie haben es vorhin im Jahresrückblick gesehen, haben wir die östliche Robert-Böhringer-Straße, die komplett mit zehn neuen Baumquartieren erneuert wurde. Für den innerstädtischen Ausbau des Radverkehrs haben wir vor Weihnachten den wichtigen Abschnitt Rad-Tangente Ost als Plankonzept online der Öffentlichkeit vorgestellt. Dazu läuft jetzt die Beteiligung für Anregung und Kritik weiter, was für die Weiterplanung wichtig ist. Es stehen ja auch Alternativen hier zur Entscheidung dann an und viele öffentliche Stellplätze sind davon betroffen. Deswegen ist viel Diskussion auch erforderlich ein intensiver Austausch. Aktuell hat uns die Deutsche Telekom angekündigt, dass sie den Glasfaserausbau nicht nur partiell, sondern in allen Stadtteilen nun in Winnenden vorantreiben will. Wir sind da im Remsmoor-Kreis an oberster Stelle auf der Ausbauliste der Telekom. Vielleicht hat mit dazu geführt, dass die Telekom so vorangeht, dass die Firma Netcom sich durchgesetzt hat bei einer Ausschreibung mit Fördermitteln, um alle Schulen, Schulgebäude von außen mit dem Glasfasernetz anzuschließen. Unsere Volkshochschule hat erst gestern ihr neues Frühjahr-Semesterprogramm veröffentlicht, online schon. Und es ist auch gedruckt jetzt da, Motto mit der VHS um die Welt. Sie finden es, wie gesagt, im Netz, digital oder an bekannten Auslagestellen in Papierform. Alle Kurse sind online, buchbar ab jetzt. Ja, wenn es wieder möglich ist, wollen wir in diesem Jahr auch wieder offizielle Begegnungen mit unseren beiden Partnerstädten Alperville und Santo Domingo. Wir haben uns jetzt letztlich zwei Jahre nicht gesehen. Das schmerzt. Und auch die offizielle Begründung der neuen Partnerschaft mit der Gemeinde Wald-Sietzenheim im Salzburger Land steht an. Wir haben zwar alle Beschlüsse, aber noch keine Partnerschaftsurkunde, weil halt keine Feier möglich war. Wir hoffen, das mit größerer Beteiligung hinzubekommen. Stichwort Beteiligung. 2022 planen wir Bürgerversammlungen in allen Stadtteilen in der Hoffnung, dass diese im Sommer vor allem wieder in Präsenz möglich sind. Die Festlegungen werden wir mit dem Gemeinderat dazu noch treffen. Sie sehen, unsere kommunalpolitische Arbeit ist in vollem Gange. Dank eines Gemeinderats, der in der Pandemie ohne irgendeinen Abstrich intensiv weitergearbeitet hat, wofür ich an der Stelle diesem Gremium und allen seinen Mitgliedern persönlich und sehr herzlich Danke sagen will. Dazu beigetragen hat sicherlich, dass wir seit bald zwei Jahren praktisch alle Sitzungen hybrid, also für die Teilnehmenden, online zugänglich durchführen. Dies ist seit Mai 2020 rechtlich möglich und wir gehören zu den ganz wenigen Kommunen, die diese Option durchgängig nutzen. Aus dem Gremium kam auch schon der Wunsch, dies nach der Pandemie, wenn das Land dafür die rechtlichen Möglichkeiten geschaffen haben sollte, auch fortzuführen. Mein Dank gilt der gesamten Stadtverwaltung, die all die zusätzlichen Aufgaben der Pandemie bis heute erfolgreich gestemmt hat. Allen Mitarbeitenden in Schulen und Kitas und allen weiteren städtischen Einrichtungen auch in schwieriger Zeit, die alle ihre Bereiche am Laufen halten. Auch hier ein dickes Dankeschön. Das Jahr 2022 bringt uns in der Stadtverwaltung im März noch eine Änderung der Dezernatstruktur und die Wahl eines zweiten Begeordneten mit der Amtsbezeichnung Bürgermeister. Wir bekommen damit einen klassischen Baubürgermeister, zum einen eine Anregung der Fraktion der Freien Wähler, ebenso einen Finanzbürgermeister. Und das ist, wie in vielen großen Kreisstädten, eigentlich das normale, vernünftige, eine gute Aufgabenteilung. Und angesichts der Ihnen heute auch, glaube ich, doch auch klar gewordenen Aufgabenfülle, ist das eine notwendige und angemessene Struktur für Winnenden für die Zukunft. Dafür danke ich allen Beteiligten, die diesen Weg angesichts der Aufgabenfülle gemeinsam gehen. Ja, neben der erforderlichen Neubesetzung der Leitung unseres Bauamts ändert sich auch die Spitze unseres Hauptamts. Frau Christina Gauger erwartet Nachwuchs und die Leiterin unserer Pressestelle. Emilie Rehberger übernimmt im Hauptamt. Ihr möchte ich heute auch für die Organisation des Abends zusammen mit der Firma PM Event recht herzlich danken. Heute Abend sind wir ja virtuell zusammen, aber live in der Hermann-Schwab-Halle, hier direkt vor mir, spielte für uns alle sehr beeindruckend das städtische Blasorchester unter der Leitung von Thomas Kratzer zur Begrüßung. Herzlichen Dank dafür. Auch das Ensemble des Festivalorchesters der Konzerttage, organisiert von Michael Kiefer, tritt nachher noch live auf. Darauf dürfen wir uns ebenso freuen. Und natürlich, auf die Ende Januar anstehenden Konzerttage freuen wir uns sowieso unbändig. Sie sind durchführbar und dazu hören Sie nachher noch mehr. Jetzt freuen wir uns vor allem auf unser aktuelles Wiener der Mädchen, Juliana Didona. Sie wird gleich persönlich zu Ihnen sprechen, aber vorher geht es erst einmal mit ihr auf eine kleine Tour durch Wienenden. Ein Dreh, der schon im Spätsommer stattgefunden hat. Das sehen Sie an den Bäumen dort im Bild. Und dieser Dreh wird heute erstmals öffentlich präsentiert, künftig auf dem Instagram-Account unseres Wiener der Mädchen, Juliana Didona. Ihnen allen wünsche ich jetzt noch einen schönen Abend und ein gesundes Jahr 2022. Hallo, ich bin Juliana des Wienender Mäble und ich freue mich, dass ihr heute alle hier auf meinem Instagram-Account zur Landeszeit. Euch erwartet heute eine kleine Tour durch Wienenden mit ganz vielen Örtchen und ich würde sagen, damit fangen wir jetzt auch direkt an. Und dann haben wir, weil wir und dann mehr hier auf einmal. Musik So, wir sind jetzt auf dem Rosberg angelangt und hier endet auch schon unsere Tour durch Winnenden. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Musik Liebe Winnenderinnen und Winnender, guten Abend und herzlich willkommen zum diesjährigen Neujahrsempfang auch von mir. Nun sind wir dieses Jahr wieder virtuell unterwegs, aber man sagt ja immer, die Hoffnung stirbt zuletzt und genau mit der Einstellung gehe ich auch ins Jahr 2022. Vielleicht treffen wir Sie ja im nächsten Jahr hier in der Hermann-Schwab-Halle persönlich an. Ich bin heute hier, Entschuldigung, Sie haben gerade eben mein Video gesehen zu der Tour durch Winnenden und ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wie Herr Holzwort schon erwähnt hat, Sie können dieses Video bei mir ab morgen auf meinem Instagram-Account nachschauen und es ist dort veröffentlicht. Ich bin heute hier, weil ich ein Interview durchführen darf mit drei tollen Persönlichkeiten aus Winnenden bezüglich eines ganz tollen Events, was uns schon sehr bald hier in Winnenden erwarten wird. Und zwar die Winnender-Konzerttage vom 29. Januar bis zum 5. Februar 2022. Direkt hier zu meiner Rechten sehen Sie Frau Sibylle Mack, die Leiterin des Amtes für Schulen, Kultur und Sport. Direkt daneben Herrn Matthias Mundl, Leiter der Musik- und Kunstschulen in Winnenden und Michael Kiefer, der Organisator des Festivalorchesters. So und jetzt wollen wir nicht zögern, wir fangen nämlich direkt an mit dem Interview, um Ihnen allen schön alle Informationen zu den Konzerttagen 2022 zu liefern. Frau Mack, an Sie geht die erste Frage und auch die spannendste, würde ich mal meinen. Und zwar, was ist denn allgemein bei den Konzerttagen 2022 für uns Winnender und Winnenderinnen geboten? Jan, vielen Dank. Also allerhand ist geboten. Wir haben zusammen mit dem künstlerischen Leiter Claudio Borges, glaube ich, eine wunderbare Konzerttagewoche zusammengestellt. Es geht los, dieses Mal in der Schlosskirche mit einer festlichen Blechbläsergala. Ein hervorragendes Ensemble hat sich gefunden um Trompeter Rainer Schnabel und unseren Kirchenmusikdirektor Gerhard Paulus. Am Sonntagnachmittag gibt es dann ein Familienkonzert mit dem Percussion-Duo Double Trumps, wo auch die Kinder, die den davor geschaltenen Workshop besucht haben, daran teilnehmen werden. Am Abend dann das erste abendfüllende Konzert des Winnender Städtische Blasorchester Winden und sein erstes abendfüllendes Programm werden wir dann am Sonntagabend beieinander haben. Ja, dazu wird aber sicherlich nachher Herr Mundl weiteres ausführen können. Markus Hadula von Wort und Ton hat auch dieses Mal für unsere Runde ein Wort und Ton extra zusammengestellt. Die Mezzosopranistin Janina Bächle und der Wiener Kammerschauspieler Johannes Kirsch werden zusammen die Postkarten aus der Belle Epoque, also ein literarisch-musikalisches Intermezzo, uns darbieten. Der in Wien denn bereits bekannte und schon aufgetretene Echo-Preisträger und Tubist Andreas Martin Hofmeier hat die Einstellung lieber ohne Worte. Und insoweit sagt er, Lido und Arien müssen eigentlich instrumental dargeboten werden und hat ein einzigartiges Kammermusikformat entworfen. Er wird zusammen mit Andreas Mildner an der Harfe dann da sein. Wir haben dazu noch Gäste aus Frankreich. Das heißt, wir haben das französische Musik-Comedy-Duell zu Gast. Das wird ein Abend mit virtuos gespielter Musik gepaart mit hinreißendem Slapstick sein. Und natürlich hat unser künstlerischer Leiter Claudio Borges wieder wunderbare Solistinnen hier nach Wien denn eingeladen. Und wir freuen uns auf zwei Abende mit Boris Profstin an der Violine, ebenso an der Violine Diana Tyschenko. Es wird Paul Meier mit der Klarinette da sein und Gareth Lube an der Viola. Und natürlich selbst Claudio Borges mit seinem Violincello. Sie werden uns zwei Abende, einen Kammermusikabend und eine romantische Klassiknacht bescheren. Die klassische Musiknacht wird dann mit dem Kurpfälzischen Kommaorchester zusammen stattfinden. Und die Reihe der Abendkonzerte wird dann abgeschlossen mit einem großartigen Mozart-Purabend des Festivalorchesters. Zu dem möchte ich noch gar nicht so arg viel sagen, weil nachher Herr Kiefer das ja sicherlich uns noch viel besser als Organisator erläutern kann. Wichtig ist vielleicht an der Stelle zu erwähnen, dass die Preise des Musikwettbewerbs des Vorgeschaltenen an diesem Abend an junge Wienerinnen und Wiener überreicht werden. Aber das ist für die Konzerttagewoche noch nicht alles. Wir haben auch noch ein Begleitprogramm. Wir werden an den Vormittagen in den Wiener Kirchen Wandelkonzerte haben. Wir werden in den Wiener Schulen Musik für junge Ohren darbieten. Und wir hoffen, dass die Bedingungen so sind, dass wir auch die Bewohnerinnen und Bewohner in dem Pflegeheim mit teilhaben lassen können an unseren Konzerttagenwochen. Ja, ich denke, wir haben ein sehr attraktives Programm zusammengestellt. Ich bin schon sehr begeistert und freue mich und hoffe, dass ich Sie damit inspirieren konnte. Da bin ich mir ganz sicher. Dankeschön für die schöne Aufführung. So, nun gehe ich weiter zu Ihnen. Herr Kiefer, ich habe eine Frage an Sie. Sie sind ja professioneller Musiker. Das ist ja allbekannt. Und Sie haben über Wiener hinaus bestimmt sehr gute Kontakte zu jeglichen Musikern und Musikerinnen. Was würden Sie denn für sich selber sagen, was die Konzerttage dieses Jahr so einzigartig macht? Die Konzerttage sind deswegen einzigartig, weil sie, um in einer musikalischen Sprache zu bleiben, einen Dreiklang bilden. Und zwar zwischen der Zusammenarbeit von Wiener Amateurmusikern, von Wiener Profimusikern und von internationalen Spitzenkünstlern. Das ist eigentlich die Charakteristik der Konzerttage schon immer gewesen. Und diese Mischung macht eigentlich auch das Besondere aus. Auch eben dieser lokale Bezug hier in Wienenden. Also für unser Festivalorchester kann ich sagen, dass wir eine Solistin aus Wienenden haben mit der Paulina Krauter. Und zum Beispiel unsere Cello-Gruppe, das sind drei Cellisten. Da wird der Herr Richtberg, der wohnt in Wienenden, ist Cellist am SWR-Sinfonieorchester spielen. Dann wird der Herr Brade, mit dem ich nachher zusammen musizieren werde, der ist in Wienenden an der Musikschule Lehrer, Cello-Lehrer. Der wird dabei sein. Und der dritte im Bunde wohnt ebenfalls in Wienenden. Das ist der Marius Gaube, der in Weiblingen Cello unterrichtet. Also Sie sehen, hier haben wir wirklich eine Gruppe, die zu 100 Prozent aus Wienenden kommt. Das ist nicht in jeder Instrumentengruppe so, aber das ist eigentlich so auch der Sinn des Festivalorchesters. Okay, da freut man sich auf jeden Fall drauf. Jetzt geht es weiter zu Ihnen, Herr Mundel. Und zwar, die Ensembles und Orchester sind ja schon seit mehreren Jahren in Wienenden bei den Konzerttagen sehr mitwirkend. Und in Wienenden gibt es ja auch sehr viele junge Musiker und Musikerinnen mit unglaublich großem Talent und Potenzial. Nun die Frage an Sie. Wir haben ja vorhin schon bereits das städtige Blasorchester gehört, was sich sehr, sehr schön angehört hat. Muss ich jetzt an dieser Stelle auch mal an Sie sagen. Inwiefern sind denn die Konzerttage dieses Jahr eine Bereicherung für die Musikschule, aber auch für jegliche junge Künstler, Musiker und Musikerinnen? Konzerttage sind zusätzlich zu den unter dem Jahr stattfindenden Veranstaltungen in Wienenden eine große Motivation für die jungen Musikerinnen und Musiker. Die Konzerttage bieten professionelle Rahmenbedingungen und stellen damit eine große Herausforderung für die Mitwirkenden dar. Schließlich wollen die Ensembles der Musikschule dem Niveau der Konzerttage entsprechen. Es ist besonders und prägend und ein prägendes und besonderes Erlebnis und eine Ehre für die jungen Musikerinnen und Musiker bei den Konzerttagen dabei sein zu können. Für die Musiker aus der Musikschule und dessen Umfeld, ich denke hier zum Beispiel auch an das Konzertorchester, waren die Auftritte bei den früheren Konzerttagen von großer Wichtigkeit und künstlerisch erfolgreich. Noch dazu erreichten wir ein großes Publikum und konnten auf die gesellschaftliche Aufgabe der Musik- und Kunstschule hinweisen. Auch ist die Musikschule durch die Durchführung des Wienender Musikwettbewerbs und dem Programm Junge Ohren, Frau Mack hat es vorher schon angesprochen, eng mit den Konzerttagen und dem Kulturamt verknüpft. Okay, vielen Dank. So, nun geht es wieder an Sie, Herr Kiefer. Und zwar, das Festivalorchester, was wir später auch noch ein Ensemble von hören werden, tritt am 5. Februar um 19 Uhr hier in der Hermann-Schwab-Halle auf. Das können Sie sich auch schon mal merken, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Und wie ich gerade gesagt habe, im Anschluss an dieses Interview dürfen wir gleich noch einen ersten Vorgeschmack bekommen. Welche Konzerte würden Sie denn außerhalb des Festivalorchesters noch an alle Zuschauerinnen und Zuschauer empfehlen? Ja, da fällt mir jetzt natürlich schwer, etwas herauszupicken. Das möchte ich eigentlich auch nicht. Aber Sinn der Konzerttage ist ja eigentlich der, dass man zum Beispiel jemanden hat, der sich für die lokalen Kulturschaffenden interessiert und der beim Durchblendern des Programmes sieht, aha, das sind ja noch andere tolle Programmpunkte und dann vielleicht auch ein anderes Konzert besucht. Wie genauso, wenn einer nur die Spitzenmusiker hören möchte, vielleicht sieht, das könnte ja vielleicht auch interessant sein. Also ich möchte einfach nur das potenzielle Publikum darum bitten, neugierig mal das Programm durchzublättern. Und ich denke, jedes Konzert ist es wert, dass man es besucht. Dankeschön, das glaube ich auch. Nun nochmal eine Frage an Sie, Herr Mundel. Und zwar bei den Konzerttagen 2022 erwarten uns ja professionelle Musiker und Musikerinnen, aber auch Hobbymusiker und Musikerinnen. Somit gibt es ja einen guten Mix. Wir haben ja vorher bereits das städtische Blasorchester gehört. Dieses tritt ja auch am 30. Januar auch um 19 Uhr hier in der Hermann-Schwab-Halle auf mit dem Thema Cinema in Concert. Wie wichtig, meinen Sie, ist denn die Programmvielfalt bei den Konzerttagen? Und wie wichtig ist auch dieser Mix zwischen Hobbymusikern und Musikerinnen und Profis? Für mich ist eben dieser Mix das Alleinstellungsmerkmal der Konzerttage. Da bin ich ganz beim Herrn Kiefer, der das ja vorher auch so dargestellt hat. Das Publikum kann aus einer Vielzahl von Konzerten mit unterschiedlichsten Programmen wählen und bekommt so die Bandbreite der Musik in Winnenden mit. International bekannte Musiker und Musikerinnen, Winnender Profis und der engagierte und talentierte Hobbymusiker, sie musizieren zusammen. Hier vor Ort höchstes Niveau, unkompliziert und nah. Die Akteure lernen aber, sich auch untereinander kennen und verstehen. Das geschieht zum Beispiel beim Besuch der Künstler in den Schulen, beim gemeinsamen Musizieren auf der Bühne oder im Gespräch Backstage. Okay, danke schön. So, nun kommen wir schon zum Schluss des Interviews. Nur nochmal die letzte Frage an Sie, Frau Mack. Und ich würde auch meinen, die wichtigste. Können Sie uns denn sagen, wo ich und auch alle hinter dem Bildschirm die Tickets bekommen können und vielleicht, was man auch in Zeiten wie diesen eventuell noch beachten sollte? Also, das sage ich Ihnen mit Vergnügen. Und zwar finden Sie zum einen alle Interviews oder alle Informationen auf der Webseite. Das ist www.konzerttage-winnenden.de. Dort können Sie sich direkt online dann die Tickets über Reservix buchen. Oder Sie gehen hier an die bekannten Vorverkaufsstellen, das heißt, in den E-Punkt der Stadtwerke, in die Stadtbücherei oder in das Reisebüro Pflüger und können dort vor Ort Ihre Tickets erstehen. Beachten müssen Sie insoweit. Wir halten uns an die Vorgaben, die im Augenblick gelten. Das heißt 2G plus. Also Sie brauchen einen tagesaktuellen Testnachweis, ebenso den Impfausweis. Aber das sind Sie alle schon geübt. Und dazu haben wir, wie es notwendig ist, die Kapazität, die Saalkapazität um 50 Prozent reduziert. Wir sitzen also alle entsprechend auf Abstand. Und ich bin mir sicher, dass wir dadurch ein sicheres Gefühl haben und umso mehr die Musik und diese Abende genießen können. Das glaube ich auch. Dankeschön. So, liebe Winnerinnen und Winner, Sie haben es von allen drei Persönlichkeiten gehört und sind nun bestens informiert über die Konzerttage, die schon sehr bald auf uns zukommen werden. Ich würde mal sagen, kaufen Sie sich die Tickets, gucken Sie in den Broschüren, was für Sie zuspricht und genießen Sie, wie Winnerinnen in die Welt der Musik eintaucht. Ich würde nun sagen, wir wollen gar nicht mehr weiter zögern und genießen direkt gleich den ersten Vorgeschmack auf die Konzerttage 2022. Und wir hören ein Ensemble des Festival Orchesters unter der Organisation von Michael Kiefer, den wir gerade schon gehört haben. Sie hören ein Quartett für Oboe, Violine, Viola und Cello, den ersten Satz Allegro von Wolfgang Amadeus Mozart, ein Stück und nun Bühne frei. Wir hören ein Quartett für Oboe. Musik 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 Sehr geehrter Herr Schmitzer, in diesem Saal hier saßen Sie in den letzten 16 Jahre unzählige Male. Heute begrüße ich Sie ein letztes Mal in Ihrer Funktion als Leiter der Lokalredaktion der Winnender Zeitung hier in diesem Saal, um mich im Rahmen einer Aufzeichnung für unseren Neujahrsempfang 2022 bei Ihnen für Ihre wertvolle Arbeit für die Stadt und die Bürgerschaft zu bedanken und Sie in den wohlverdienten Ruhestand zu verabschieden. Seit 2005 haben Sie die Winnender Lokalredaktion als leitender Lokalredakteur geprägt. Ihnen war immer wichtig, rechtzeitig über die Themen zu berichten, die auch Stadtgespräch waren. Hinweise und Anregungen, die der Winnender Zeitung zugegangen sind, egal von der Stadt selbst oder auch aus der Bürgerschaft, die wurden immer sorgfältig geprüft und verprobt, bevor sie journalistisch aufgearbeitet und danach verwertet wurden. Sie haben die Informationen stets klar und verständlich für alle Leserinnen und Leser aufbereitet und damit auch einen wertvollen Beitrag zur Kommunikation zwischen der Bürgerschaft und in der Stadtgemeinschaft geleistet. Es ist Ihnen immer gelungen, auf Augenhöhe mit den Winnenderinnen und Winnendern zu kommunizieren. Es war Ihnen dabei möglich, eine Beziehung mit Ihren Leserinnen und Lesern einzugehen. Man wusste, wie etwas gemeint war und was man aneinander hat. Dafür möchte ich Ihnen heute im Namen der Bevölkerung, des Gemeinderats und der Stadtverwaltung ganz herzlich danken. Mit Ihrer Arbeit haben Sie unsere Kommune nicht nur journalistisch begleitet, sondern auch uns als Stadtverwaltung bei der Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern wertvoll unterstützt. Eben auch gerade dann, wenn es kritische Punkte anzumerken galt. Abschließend möchte ich Ihnen noch mal sagen, Danke, danke für die offene und ehrliche Zusammenarbeit in den letzten Jahren. Danke dafür, dass Sie Winnenden mit Ihrer Arbeit bereichert haben und nie das Wesentliche aus den Augen verloren haben. Für Ihren Ruhestand wünsche ich Ihnen im Namen der Stadtverwaltung, des Gemeinderats, sowie auch persönlich viel Gesundheit und natürlich den Tatenbrang, die Dinge zu tun, welche Sie schon immer einmal machen wollten und für die aber meistens die Zeit eher etwas knapp bemessen war. Alles erdenklich Gute für den Ruhestand. Herr Schmitzer, welche Höhepunkte gab es denn in Ihrer journalistischen Laufbahn hier in Winnenden bei uns in unserer Stadt? War journalistisch vielleicht ein Höhepunkt, es war ein Tiefpunkt für Winnenden. Der wichtigste Punkt war der Amoklauf. Gibt es denn in der gesamten journalistischen Tätigkeit, die Sie hinter sich haben, eine besonders lustige Anekdote, von der Sie uns heute erzählen möchten? Ich mag keine modernen englischen Fremdwörter. Und ich versuche immer wieder, wenn ich irgendwo so ein Wort in einer Verlautbarung habe, versuche ich immer wieder eine Übersetzung zu finden für diese Wörter. Und ganz am Anfang, als die Smartphones eingeführt wurden, war der Begriff Smartphone neu. Da kam halt auf und jeder hat nur noch vom Smartphone gesprochen und geschrieben. Und ich wollte das nicht. Am Anfang zumindest nicht. Und dann habe ich in einer Meldung von der Volkshochschule, die einen Kurs angeboten hat für Senioren, dass sie das Smartphone gut bedienen können, habe ich aus dem Smartphone ein Wischtelefon gemacht. und habe geschrieben, Kurs für Senioren, wie bediene ich das Wischtelefon? Dann saß in der Volkshochschule, ich glaube, es war die Frau Hindemith von der Volkshochschule, saßen da, haben die Anmeldungen entgegengenommen, kam ein Senior und hat gesagt, Sie machen doch einen Kurs für das Wischtelefon. Den möchte ich machen. Die Frau Hindemith wusste nicht, was ein Wischtelefon ist. Ich hätte es wohl schon über das Smartphone. Was würden Sie jungen Journalistinnen und Journalisten heutzutage empfehlen, wenn Sie in Ihren Beruf gehen? Ich würde jedem jungen Journalist raten, wenn er gerade noch auf dem Gymnasium ist oder im Übergang vom Abitur zum Studium, würde ich jedem raten, gehen Sie zu Ihrer Lokalredaktion und fragen Sie, ob Sie ein Praktikum machen können. Da können Sie sich ausprobieren, da können Sie zum ersten Mal in Journalismus reinkommen und da lernen Sie noch den gediegenen, soliden Lokaljournalismus. Was planen Sie in Ihrem Ruhestand? Ja, da gibt es gar nicht viel zu planen. Das meiste ergibt sich von ganz von allein. Ich will auf jeden Fall nach meinen Enkelkindern schauen. Die sind in Dresden und in München. Und da will ich öfter hinfahren und will bei meinen Enkelkindern sein und für die auch da sein. Lieber Herr Kelch, wenn in Winnenden die Namen VfR Birkmannsweiler und Paulinenpflege fallen, dann werden diese beiden Institutionen gerne mit einem Gesicht verbunden. Marco Kelch. In Ihrem Verein, dem VfR Birkmannsweiler und bei Ihrer Arbeit, der Paulinenpflege Winnenden, sind Sie eine feste Größe, die kaum mehr wegzudenken ist. Marco Kelch, man kennt Sie, weil Sie sich seit vielen Jahren über das normale Maß hinaus bei Ihrem Verein, dem VfR Birkmannsweiler, engagieren und weil Sie die Stimme der Paulinenpflege sind. Lassen Sie uns kurz zurückschauen. Im Jahr 1992, also vor rund 29 Jahren, wurden Sie in den Vorstand des VfR Birkmannsweiler gewählt. Keiner vor Ihnen war so lange im Amt, wie Sie es heute sind. Sich fast 30 Jahre ehrenamtlich als Vorstand im Verein einzubringen, Verantwortung zu übernehmen und Höhen und Tiefen zu meistern, das verdient großen Respekt und Anerkennung. Und es verdient vor allem Dank für die vielen Stunden an Lebenszeit, die Sie, lieber Herr Kelch, in den VfR Birkmannsweiler einbringen. Sie sind auch verantwortlich für viele Veranstaltungen der Paulinenpflege und sind sich dabei für keine Aufgabe zu schade. Lieber Herr Kelch, Sie haben sowohl den VfR Birkmannsweiler als auch die Paulinenpflege in den letzten Jahren geprägt. Mit Ihrer unaufgeregten und freundlichen Art und Ihrer strukturierten und zielführenden Arbeitsweise sind Sie ein unglaublich wertvoller Mensch für den VfR Birkmannsweiler, die Paulinenpflege und für Winnenden. Heute überreiche ich Ihnen als Dank und Anerkennung für Ihr tägliches Wirken die Bürgermedaillen Bronze der Stadt Winnenden. Die Stadt Winnenden, der Gemeinderat, Oberbürgermeister Hartmut Holzwart und ich sind froh und dankbar, dass Winnenden einen so engagierten und zuverlässigen Bürger, wie sie hat. Herzlichen Glückwunsch. Lieber Herr Kelch, herzlichen Glückwunsch zu Ihrer wohlverdienten Medaille. Alles Gute und noch mal einen herzlichen Dank an Sie. Alles Gute. Ich danke Ihnen. Herzlichen Dank. Ja, lieber Herr Kelch, Sie engagierten sich außergewöhnlich im VfR Birkmannsweiler, in Ihrer Freizeit und auch in der Paulinenpflege. Sind Sie vorne und hinten, das Gesicht, das Sprachrohr, wie kriegt man das hin? Beruf und Arbeit und ist in dieser Intention? Ich mache das auch so, wie es vermutlich andere machen. Ich tue die Dinge hintereinander, weil gleichzeitig ist es nicht so einfach. Ich habe einen 8- oder 9-Stunden-Job und damit bleibt eigentlich der Abend für die Vereinsarbeit. Und ich möchte jetzt niemandem Angst machen vor dem Ehrenamt. Das ist in der Regel nicht mehr als ein Abend in der Woche. Man kann das schon leisten. Und ich muss dazu sagen, alles, was da geschieht, ist immer eine Teamleistung. Keiner ist Einzelkämpfer und es soll auch keiner denken, dass er völlig unentbehrlich sei. Vielleicht ist das auch die richtige Stelle, um meinem Team ein Dankeschön zu sagen, denen, die seit vielen Jahren da mitmachen. Herr Kelch, bei so viel Engagement wird sehr wahrscheinlich wenig freie Zeit noch bleiben. Was machen Sie dann? Wie engagieren Sie sich in der Familie oder auch im Freundeskreis? Wie muss man sich das vorstellen? Was bleibt dann noch an Lebensqualität? Es bleibt natürlich noch Freizeit. Es sind viele Abende frei. Es sind die Wochenenden frei. Es ist nicht jedes Wochenende was im Sportverein. Ich mache selber gerne Sport. Ich gehe mit meiner Frau zusammen tanzen oder wir gehen Rad fahren oder wir gehen einfach nur spazieren. Da bleibt schon noch Zeit fürs Leben oder auch mal für einen Theaterbesuch oder was anderes Kulturelles. Ja, lieber Herr Kelch, im nächsten Jahr feiert die Paulinenpflege 200-jähriges Bestehen. Wollen Sie uns kurz neugierig machen, was uns in diesem Jahr erwartet? Vielen Dank. Ja, die Paulinenpflege ist 1823 gegründet worden. Das heißt, es ist gerade noch ein Jahr hin, bis das Jubiläumsjahr beginnt. Es ist völlig klar, dass eine Einrichtung wie die Paulinenpflege feiern wird. Wir werden die Binnen der Bevölkerung und die Bevölkerung der Umgebung einbeziehen. Es wird einen Empfang geben mit dem Ministerpräsidenten. Es wird ein besonders großes Jahresfest geben. Wir werden erstmals eine umfassende historische Aufarbeitung machen. Wir haben von Anfang an ein tolles Archiv. Das wird gerade ausgewertet und es wird ein Buch entstehen. Und wir werden vor allem auch in die Fachwelt, in die Gehörlosenpädagogik hinein, in die Autismuspädagogik hinein, Fachveranstaltungen machen. Und wir werden für die Leute, die wir da sind, Feste organisieren. Und wir werden interne Feste machen mit unseren Klienten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das war ja fast schon der Neujahrsempfang 2022. Ich fand ihn sehr interessant und kurzweilig und er hat Vorfreude auf das Jahr 2022 geweckt. Heute haben wir einen Vorgeschmack auf die Konzerttage bekommen. Ich persönlich freue mich, das ein oder andere Konzert zu besuchen. Außerdem arbeiten wir frohen Mutes weiter an den Vorbereitungen für den Citytreff, sowie an der Backhäusles-Tour und den Weintagen. Doch jetzt noch zwei besondere Hinweise zum Schluss. Erstens, die Wahl des Winnender Jugendgemeinderats vom 28. Januar bis 21. Februar 2022. Gleich hierzu ein Kurzinterview. Zweitens, der neue Look der Stadt Winnenden. Hierzu präsentieren wir Ihnen zum Schluss ein Imagevideo. Zunächst zur Wahl des Jugendgemeinderats. Hierzu darf ich die amtierende Vorsitzende des Jugendgemeinderats, Jill Weber, begrüßen. Guten Abend, Jill. Guten Abend. Wir haben gehört, dass die Wahl des Jugendgemeinderats ansteht. Können interessierte Jugendliche sich überhaupt noch aufstellen lassen? Und ein Ja, was müssen Sie dafür tun? Ja, also alle Jugendlichen, den Winnenden, können sich auf jeden Fall noch ausstellen lassen. Es ist so, als ich habe gestern, wo das Rathaus dann offen war, noch vor dem Wochenende, die Info bekommen, dass bisher sechs Jugendliche sich immerhin schon beworben haben. 16 Jugendgemeinderäte, Jugendgemeinderätinnen sind zu wählen. Von daher sind auf jeden Fall noch mindestens zehn Listenplätze frei, wenn man so will. Ihr könnt euch noch bis zum 17. Januar um 12 Uhr bewerben, also bis Montag 12 Uhr. Da es doch jetzt dann eine relativ kurzfristige Bewerbung ist, würde ich euch empfehlen, das Bewerbungsformular dann einzuwerfen. Wo ihr das Bewerbungsformular findet, alle Winnender Jugendlichen haben vom Oberbürgermeister einen Brief bekommen, wo zum einen die Informationen über die Wahl drinstehen und zum anderen eben das Bewerbungsformular. Jetzt kann es ja mal passieren, dass so ein Bewerbungsformular verloren geht und es entweder im Müll landet oder man es doch irgendwo verlegt. Das ist halb so wild. Ihr könnt auf die Homepage der Stadt Winnenden gehen oder einfach im Internet Jugendgemeinderat Winnenden eingeben. Da findet ihr ganz viele Informationen über uns und eben auch dieses Bewerbungsformular. Das könnt ihr als PDF runterladen, ausdrucken, kurz ausfüllen. Das ist eine Sache von zwei Minuten und dann eben im Rathaus einwerfen. Jetzt sind Sie schon viele Jahre im Jugendgemeinderat und seit einiger Zeit auch Vorsitzende des Jugendgemeinderats. Was macht denn der Jugendgemeinderat? Die Aufgaben vom Jugendgemeinderat können sich in zwei Felder teilen. Zum einen unsere Partys. Wir veranstalten im Regelfall dreimal im Jahr für circa 450 jugendliche Partys. Eben wenn kein Corona ist, im Regelfall waren immer zwei Partys in Höfen in der Gemeindehalle und eine Party im Sommer im Höfner Bädle. Zum anderen setzen wir uns aber natürlich auch für politische Themen ein. Vor allem solche Themen, die die Jugendlichen betreffen. Welche Themen genau im Jugendgemeinderat spezialisiert behandelt werden, hängt immer von den Mitgliedern ab, da sich da natürlich je nachdem, wer gewählt wird, die Interessen unterscheiden. Ist ein Thema den Jugendgemeinderäten besonders wichtig, besonders interessant, dann macht er von seinem Rede- und Anhörungsrecht im Gemeinderat Gebrauch, indem er eine Stellungnahme verfasst und diese dann auch vorträgt. Einige werden sich jetzt denken, ach, das interessiert doch sowieso den Gemeinderat und die Stadt überhaupt nicht. Da liegt ihr komplett falsch, denn es ist nämlich so, dass der Jugendgemeinderat in Winnenden eine sehr, sehr hohe Stellung hat, sowohl bei der Stadt als auch beim Gemeinderat. Unsere Anliegen werden ernst genommen und im Regelfall auch umgesetzt. Manchmal werden wir sogar bei ganz speziellen Themen auch speziell von der Stadt oder vom Gemeinderat darauf angesprochen, uns da zu beteiligen. In meiner Zeit gab es viele unterschiedliche Themen. In der letzten Amtsperiode war es so, dass die zwei größten Projekte, denke ich, zum einen der Lessingbau war, wo mich jetzt auch sehr gefreut hatte, als ich dort letzte Woche Werbung gemacht habe, dass da der erste Bauschnitt rum ist, weil es einen dann doch freut, wenn man dann auch sieht, es hat ein Ergebnis, was man macht, wofür man sich einsetzt und dann eben das Nichtaufstellen der Container auf dem Sportplatz am Hungerberggebiet neben der Hungerberg-Grundschule. Was sind Ihre persönlichen Highlights gewesen als Jugendgemeinderätin? Ich kann mich da gar nicht auf ein spezielles Highlight beschränken, weil es einfach eine zu unbeschreibliche Zeit auch war. Ich würde sagen, es gibt drei Ereignisse, über die ich besonders oft nachdenke und die mir besonders in Erinnerung geblieben sind. Das war zum einen das 25-jährige Jubiläum des Jugendgemeinderats. Da hatten wir hier in der Hermann-Schwab-Halle einen offiziellen Teil und dann auch später noch eine große SWR3-Party. Dann hatten wir das Glück, gerade noch vor Corona unsere Partnerstadt Albert Wild zu besuchen, zusammen mit Herrn Oberbürgermeister, Herrn Stage und unserem Jugendreferenten Manuel Schulz und unsere große digitale Podiumsdiskussion zur Landtagswahl. Für die ich damals extra mit unserem Volkshochschulleiter zusammen in die Filmstudios der Volkshochschule nach Reutlingen gefahren sind war sehr viel Aufwand tatsächlich. Aber der Aufwand hat sich gelohnt, weil über 180 Zuschauer, speziell aus Schülerinnen und Schüler der Winnen der Schulen zugeschalten haben. Gut und zum Schluss noch zwei Fragen. Wer darf wählen und wie können Jugendliche ihre Stimme abgeben? Es dürfen alle Jugendliche wählen, die in Winnen geboren sind und zwischen dem 22. Februar 2003 und dem 21. Februar 2009 geboren sind. Wenn es soweit ist, bekommt ihr nochmal vom Herrn Oberbürgermeister bzw. der Stadt einen Brief. Und in dem Brief findet ihr zum einen alle Bewerberinnen inklusive persönlicher Daten und ihrer Motivation, warum sie sich beteiligen wollen und einen TAN-Code. Der Code ist ganz wichtig, weil damit könnt ihr euch dann digital einloggen und ganz entspannt vom Sofa aus mit Smartphone, Tablet, PC oder Sonstiges wählen. Falls ihr die Unterlagen nicht bekommen solltet, eure Freunde aber schon, was dann natürlich sehr merkwürdig ist, dann meldet euch direkt bei der Stadt. Beim Herrn Stagel findet ihr alle in Telefonnummern, Kontaktdaten dann auch online. Auch wenn ihr den TAN-Code verlieren solltet, ist das auch nicht schlimm. Dann ruft ihr an, Hauptsache ihr geht wählen und ihr nutzt die Chance, dass ihr wählen gehen könnt. Gut, vielen Dank, liebe Jill. Vielen Dank auch für das jahrelange Engagement im Jugendgemeinderat. Sie dürfen in der kommenden Amtsperiode, das muss ich zu einer jungen Derme jetzt sagen, aus Altersgründen nicht mehr kandidieren. Vielen Dank für das interessante Interview. Also, falls Sie jemanden kennen oder selbst Lust haben, beim Jugendgemeinderat mitzumachen, dann schnell an den PC und die Bewerbung absenden. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich aufstellen zu lassen und oder zu wählen. So, das war jetzt der Beitrag zur Jugendgemeinderatswahl. Kommen wir noch zum zweiten Hinweis. Der neue Look der Stadt Winnenden. Dem ein oder anderen unter Ihnen ist es bestimmt bereits aufgefallen, vielleicht sogar auf den Einladungen zum Neujahrsempfang der Stadt Winnenden. Sie hat seit Anfang des Jahres einen neuen Look. Lange Zeit gab es in Winnenden nur ein Logo und keine einheitliche Kommunikation nach außen. Nun präsentiert sich die Stadt mit einem modernen, reduzierten und hochwertigen Logo, das sich abhebt und ein frisches Maragtsgrün als Primärfarbe hat. Die Farbe Grün findet sich bereits im bestehenden Logo und im Wappen der Stadt Winnenden. Grün ist die Farbe des Wachstums, der Natur, der Lebendigkeit und Lebenskraft. Zum Auftakt des neuen Logos und Corporate Designs haben wir ein kurzes Imagevideo aufgenommen, das wir Ihnen heute als Abschluss präsentieren möchten. Mir bleibt daher nur noch zu sagen, es war schön, dass Sie heute beim virtuellen Neujahrsempfang der Stadt Winnenden dabei waren. Ich möchte mich für die Mitwirkung bei unserem Winnender Mädel, Juliana Didona, herzlich bedanken und überreiche einen Blumenstrauß. Vielen Dank, Juliana. Vielen Dank für die schönen Blumen. Danke. Ja, was bleibt uns beiden? Wir wünschen Ihnen alles Gute für das Jahr 2022 und viele wunderschöne Momente und Erinnerungen. Genau, schönes Jahr 2022. neste Jahr 2022. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020